Mein Name ist Susanne Panic und ich war in der Hypnose-Therapie, um meine Ängste zu behandeln. Schon nach der ersten Sitzung ging es mir besser und ich habe mich freier gefühlt und konnte besser in gewissen Situationen mit meinen Ängsten umgehen. Insofern kann ich jedem die Hypnose mit Moritz Rudolf empfehlen.